Musik Guten Tag meine Damen und Herren, hallo Freunde der französischen Fremden Legion. Ich entführe Sie nach dem Intro mit einigen Bildern in die Welt der Mission Profunda. Sie werden merken, da an meinem Husten, an meinem wiederholten Nasen hochziehen, dass ich immer noch unter den Regenfällen im französischen Guiana leide von einst. Herzlich willkommen in meiner Welt der Tiefenmission, die uns tief in den Urwald vom französischen Guiana führen wird. Bis gleich, Ihr Thomas Gass Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guten Tag meine Damen und Herren, hallo Freunde der französischen Fremden Legion. Ich wurde in letzter Zeit oft darauf angesprochen, weil in meinen Clips über meine Erlebnisse in französisch Guiana immer wieder ein Name fiel, ein Begriff fiel, nämlich die Mission Profunda. Und man fragte mich, was hat es denn mit dieser Mission Profunda auf sich? Wie geht das ab? Was ist das überhaupt? Das möchte ich Ihnen heute anhand der Karte, ich hoffe man kann sie einigermaßen gut erkennen, erklären. Mission Profunda, das heißt, wie der Name schon sagt, es ist ein Auftrag, der einen Zug von 30 Legionären in die Tiefe führt. Ziel dieser Mission Profunda ist es, die Souveränität, die Souveränität des französischen Hoheitsgebiet Guiana zu sichern. Wir wissen, dass französische Guiana immer wieder ein Gelände ist, ein Gebiet, in dem outlos ihr Unwesen treiben. Golddicker, Sklavenhändler, irgendwelche Banditen, die diese Souveränität durch ihre Aktion untermauern. Deswegen hat die Fremdlegung beschlossen, die Mission Profunda durchzuführen. Das heißt, diese Mission Profunda verläuft in verschiedenen Etappen. Die Vorbereitung dafür findet statt in Kourou, in Conforge. Conforge, Kourou, haben wir hier an diesem Punkt. Hier beginnt die erste Etappe. Hier wird vorbereitet. Vorbereitung, das heißt in dem Fall, 30 Männer werden 30 Tage auf den Flüssen und auf dem Land in Pirogen oder zu Fuß unterwegs sein. Da ist eine straffe Organisation extrem wichtig. Wir haben in Kourou also die Aufgabe, uns für diese erste Etappe vorzubereiten. Und hier, man muss wissen, dass bei dem Teil auf den Flüssen natürlich kein Problem, der Transport kein Problem darstellt. Aber der Teil, der dann, ich komme noch später drauf, zu Fuß durchgeführt wird, ist extrem gefährlich, extrem schwer, extrem schweißtreibend. Und alles, was wir mitführen, muss zu Fuß auf dem Rücken mitgetragen werden. Es geht unter anderem um zum Beispiel Seile von 50 Meter Länge. Es geht um Treibstoff für die Motoren der Pirogen. Es geht um Kettensägen und das Gemisch dafür. Oder noch um Sprengstoff. Sprengstoff ungefähr, um ihnen einen Anhalt zu geben, 120 bis 150 Kilogramm Sprengstoff. Sprengkapseln, Plan-P, Plastiksprengstoff und so weiter und so weiter. Es geht darum, Äxte, Beile, Funkgeräte, Kollektivwaffen mitzuführen. Das alles muss vorbereitet werden und dann von Kourou nach Cayenne, Rochambeau mit LKW an den Flughafen verlegt werden. Dort beginnt das Abenteuer an sich. Es wird dann per Transal C160 verlegt nach Saint-Georges am Oyapok. Saint-Georges am Oyapok ist hier. Wenn man hier die Partie sieht, hier ist der Fluss Oyapok. Und auf der anderen Seite, auf der östlichen Seite, das ist Brasilien. Hier, in dieser Etappe, wird Kontakt aufgenommen mit den Pirugiers. Das sind Buschnegros. Sie kennen die Flüsse. Das sind die Meister der Flüsse. Wir müssen davon ausgehen, dass wir pro Gruppe eine Pyroge brauchen. Das heißt, drei Gruppen, drei Pyrogen und eine Gruppe Commandement, eine weitere Pyroge. Das heißt, pro Pyroge zwei Pyrogees, zwei Buschnegros, die uns über die Flüsse geleiten. Einmal alles Material auf die Pyrogen verteilt, auf die vier Pyrogen verteilt, geht es Richtung Süden, Richtung brasilianische Grenze. Hier, gleich am ersten Abschnitt, die erste Herausforderung, nämlich die Stromschnellen des Somaripa. Da wir in einer Zeit unterwegs waren, in der der Fluss Oyapok wenig Wasser mit sich führte, mussten die Stromschnellen unmittelbar vor dem Somaripa das ganze Gepäck ausgeladen werden. Und alles über Bahnschienen, im Dschungel, über einen Kilometer Strecke transportiert werden. Die Pyrogen fuhren also leer, die Stromschnellen des Somaripa oder des Somaripa hoch, um uns dann einen Kilometer südlicher wieder aufzunehmen. Das war natürlich eine schweißtreibende Angelegenheit und nicht ganz ungefährlich. Weiter ging es zur dritten Etappe nach Kamopi, wo die Oyampi-Indianer ihren Sitz haben. Das ist verbotenes Gelände für die normalen Menschen. Die einzigen Menschen, die dort Fuß auf Kamopi setzen dürfen, das sind Menschen von der Präfektur, Gendarmerie oder eben wir Fremdenlegionäre. Von Kamopi ging es weiter mit den Pyrogen, den Fleu, den Krieg. Das ist ein kleiner Fluss. Inipi, bis zum Village Inipi. Und hier beginnt die eigentliche Aufgabe. Denn es steht uns ab hier, ab dem Inipi, ein 50 Kilometer langer Fußmarsch bevor. 50 Kilometer, die in zwei Wochen bewältigt werden müssen. Das hört sich leicht an. Doch, wenn man davon ausgeht, dass wir an manchen Tagen nur 800 Meter schafften, weil es darum geht, schlangenverseuchtes Gelände zu bewinden. Gelände, versumpftes Gelände. Gelände, in dem Baumstämme, meterdick, 15 Meter lang, ineinander verhakt, uns den Weg versperrten. In denen Muschafö, Moskitos, uns das Leben zur Hölle machen. In dem jeder Legionär, der Truppporteur, 50 Kilo und mehr auf den Rücken mit sich rumschleifen müssten, dann ist das eine Wahnsinnsaufgabe. Wir waren in der Tat gegliedert in fünf Equips. Ich möchte mal ganz kurz darauf eingeben. Das war die Equipe Topografie, die am vorne wegmarschierte. Gefolgt von den Athleten, die die Bäume markierten. Dann kamen die Leoneur, die den Weg schnitten mit ihren Macheten. Wieder etwas später die Porteur, die eben diese schwere Säcke tragen, trugen. Und ganz hinten die Equipe Topophil, die den Weg vermassen von der Strecke her. Das heißt, diese 50 Kilometer von hier, Village Inipi, bis zum Grand Bali, waren die Hölle. Man muss hinzufügen, dass es während der ganzen Mission Profonde regnete. 30 Tage lang nass. In der Fußstrecke, Aufstehen um fünf, Abmarsch um sechs, Ankunft nachmittags, kurz bevor es dunkel wurde. Viel Zeit für Pausen gab es ja nicht. Die nächste Etappe führte uns den Krieg Inini bis zum Maroni. Der Maroni bildete Grenzfluss nach Surinam. Surinam, ein Land, in dem zu dieser Zeit Bürgerkrieg herrschte. Weiter ging es den Maroni nordwärts bis Saint-Jean oder bis Saint-Laurent, wo Auftragsende war. Alles in allem waren wir 30 Tage im Busch, 30 Tage Regen, 30 Tage Blut und Schweiß. Aber so eine Mission schweißt eine Einheit zusammen. Und es war ein Abenteuer, wie wir es selten erleben durften. Wenn man zum Beispiel unter anderem betrachtet, dass der Fußweg uns durch ein Gebiet führte, der sogenannte Chemin des Emmerions, in dem nur selten Europäer jemals ihren Fuß setzten. Das heißt, wir Legionäre waren zumindest in unserer Epoche die ersten Europäer, die diesen Abschnitt wirklich zu Fuß durchquerten. Es ist das letzte Abenteuer, das diese Welt heute noch zu bieten hat. Ich werde in meinem nächsten Clip ganz kurz etwas mehr auf die Organisation eingehen. Es ist ziemlich komplex, aber es muss ja alles perfekt sein. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit, mir in meinen Clips zu folgen und lade Sie ein, wenn es heißt, in vier Tagen weitere Abenteuer im Franzisisch-Kurianer. Dankeschön, Ihr Thomas Gerst. Dankeschön. Dankeschön.